alles geht mir bei Düsseldorf, Daumen und L. Ich werde dieses Video auch verlinken und ja das geht zum Däumenden Quiz aus der erste, zweite, dritte und ja. Let's go. VfL Wolfsburg ist er auf jeden Fall. Ich werde also das raten. Ich werde die Punkte nicht mit berechnen, aber VfL Wolfsburg. FC Erzgebiere Aue. Schauen wir in den Kommentaren, welches von den Lanzen ihr am besten fand habt, diesen Däumenden und ob ihr welchen falsch gerätet habt, also wenn ihr mitgerät. Das müsste VfL Buchen sein. FC Bayern hat noch was hinzu, am Anfang an, da drin. Buchen geht direkt so. 1. FC Nürnberg müsste das sein. Allemanniafen. Allemanniafen. SV Darmstadt. Das müsste Hallescher FC sein. Die haben seine. Wie die auch auf diese Idee kommt, verstehe ich nicht. Ich selber, wenn ihr es sagt, bin ja Borussia-Fan aus Dortmund, aber Hallescher FC. Das müsste KFC überwürdigend sein. Allerdings hat es einen Torhebenden-Quiz, da sind die ganzen Däumenden von den ganzen Feinden aus der deutschen Ligen. Nichts. Allemanniafen. Kein Torhebenden-Quiz. Wann kann das jetzt sein? Auf jeden Fall sagt die mir was? FC St. Pauli. Das müsste FC Bayern München sein, man hat das ja am Anfang da gehört, übrigens das Video geht lange, 9 Minuten lang insgesamt, ich hab noch 8 Minuten zu filmen, das müsste rot-weiß essen sein, ja, rot-weiß essen, da gibt es mehrere Vanilliers, manche haben, ah, FSV Zwickau, ja, Fortuna Düsseldorf, also an den YouTuber, der das Video gemacht hat, schneide am besten das Eck da raus, dass mir den Wort Fortuna hört, weil etwas hat Fortuna Köln, oder Fortuna Düsseldorf und Fortuna ist es, ja. Das, die Tourmder haben mehrere Vereine, Blattbach, Halles AFC, nicht Halles AFC, Heidenheim und Siemens AFC. Und Siemens AFC wäre so? Ich weiß nicht, könnte das denn sein. Sportfreunde Lotte ist das. 1806 München ist das. Da haben wir die 1806 München. MSV Disco, ganz klar, MSV Disco, da war ich sogar ein paar Mal ins Stadion sehen können. Sogar auch letzte Saison, also diese Saison letztes Jahr gegen Bayern, zweite Mannschaft. Jetzt mehrere Vereine, die jetzt haben, ich sag aber Almenia, Bielefeld, der FC Hansa Rostock. Ne, ich wüsste es nicht. Mir fällt jetzt nichts an. Rot-Weiß Oberhausen. Ne, mir fällt da auch wieder nichts an. Rein, hopp, hopp. Ich hoffe, es tut ganz spannend, ja. Das ist nicht SFC Kaiserslautern. FC K... Ja, SFC Kaiserslautern. FC B... Dynamo Dresden. Ja, das könnte man eigentlich auch am besten draus meinen, weil man hört ja Dynamo Dresden, da überlegt man ja nicht, welche Feinerzeit kommt. Könnte da die Wartenstadt sein? Da hab ich mal gehört, mal. milestone. Oh ne, FSV Frankfurt. Ne, ich wüsste jetzt nicht, welche Feiner, mir fällt nichts ein. Waldorf mein Alm. Könnt das SV Mephymne sein, der meine ich auch so eine Hymne. Ah, Farminia Bielefeld, wer hat so eine Feißsalz?